Hallo, mein Name ist Alexander Brockmann. Ich mache gerade meinen Master in medizinischer Physik hier am Campus Life Science Engineering. Und heute erzählen wir euch etwas zur Fachschaft bei uns. Hallo, ich bin Lisa, ich studiere im Bachelor Biomedizinische Technik. Ich bin hier in der Fachschaft die stellvertretende Fachschaftssprecherin, bin auch im FBR und im Fachschaftsrat. Und generell geht es bei der Fachschaft darum, dass wir die Studierenden vertreten, gerade bei einzelnen Belangen, bei Problemen können die immer zusammen zu uns kommen. Und bei uns könnt ihr euch auch Altklausuren abholen. Gerne nehmen wir auch neue entgegen, dafür bekommt ihr auch von uns ein Erfrischungsgetränk. Hi, ich bin Leon Freitag, ich bin der Fachschaftssprecher der Fachschaft LSE und studiere im Bachelor Bio-Pharmazeutische Technologie. Wöchentlich treffen wir uns für eine Fachschaftssitzung, wo wir Kaltgetränke und Kaffee anbieten. Wir planen Freizeitveranstaltungen, die Partys, Grillfeste, den Glühweinverkauf und Spendenaktionen. Weiter planen wir die RSC-Veranstaltungen und verschicken RSC-Tüten. In unserer Fachschaft sind verschiedene Studiengänge vertreten. Wir haben einen Fachschaftsrat, einen Fachbereichsrat, wo wir uns für die Interessen der Studenten einsetzen können, sind im Senat- und Prüfungsausschuss vertreten. So, jetzt gehen wir rüber in den Fachschaftsraum. Also, das war unsere Fachschaft. Kommt doch gerne mal an einem Montag vorbei, wenn wir unsere Fachschaftssitzung haben. Wir haben Kaffee und Kaltgetränke und wir freuen uns. Wir haben Kaffee und Kaffee und Kaffee und Kaffee.